BASSCLUB Also wir fahren nach Berlin und wir sitzen hier gerade so schön im ICE bei 250 Stundenkilometern. Wir haben noch nicht mal Verspätung, es passt nur so einigermaßen. Tja, und es wird wahrscheinlich ein interessantes Wochenende. BASSCLUB Ah du Scheiße. Naja, aber auf jeden Fall, du kommst dann zu meinen Eltern oder was? Hast du überhaupt noch das Berlin? Ne, das passt schon, aber... Das kann ich Ihnen überlesen. Das ist kein ICE. Das ist kein ICE. Das ist einfach ein ICE. Ja, das ist kein ICE. Ja, das ist kein ICE. Ja, das ist kein ICE. Internet aus UDC 1001. Jusom Wie geht's der Kürstürkir? Das ist ein ICE. Oh, ja. Ja, ja, man. Wir haben ja dann gemacht, die Kamera für mein DAISY-D? Ja. Na, das warte. Ja, wir haben ja gedacht. Ja, es hat mich auch richtig gemacht. Das war schon einmal. David, die erstenなんle. Wieso? Wieso geht das nicht? Prost! Prost! Ich muss jetzt noch nachdenken, weil ich gutes Essen habe. Sau geiles Kirschwillen. Vielen Dank! Danke! If I let me sink through.